hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer kurzen rs22 mod vorstellung und wird richtig kurz werden heute schauen uns den lady lotus 1250 profi an kreis genaues am bar key sind ist 4,67 megabyte klein der mod gibt es für pc mac und den konsolen somit im aufzeilen ingame mod hub alternativ downlink unten in der video beschreibung wir haben hier eigentlich nichts zum anpassen informations wir sind 2,3 tonne schwer 9 50 kW bis 80 ps 12,5 meter arbeitsbreite 15 km h höchstgeschwindigkeit 510 reifen und aw 305 reifen haben wir preis über 26.000 euro wir haben auch 9 15 immer oft sind stets 19 kammer h höchstgeschwindigkeit aber auf jeden fall das teil wie wir hier sehen also ist geschwindet was man halt das ding fahren kann ziehen kann wenn man hier aber sonst drauf fahren ich merke absolut keine fehler sonst was schaut einfach ein science geil aus ich kann hier kein punkt dafür sonst was geben deswegen fünf fünf sternen geradeaus geiler maut gibt es keinen kritikpunkt dran und ist mit nur 4,67 megabyte auch nicht welt somit auf jeden fall downloaden lohnt sich gibt es ihm auch wieder konsum als konsum spieler sicherlich auch auf jeden fall das war es schon kurs kurs habe ich gesagt aber man lasst gerne abo like dann schaust gerne auch auf twitter v slash qualix tv vorbei versuche ich kurzen videos nutze ich gerne auch eigenwerbung am fs-mods.u downlink dazu auch und andere mords würde mich auch darüber freuen ich bin raus und sag dann tschau